Gespräch 1. Wie spät ist es? Ich gehe jetzt schlafen. Was? Jetzt schon? Es ist schon viertel nach zehn. Ich bin müde. Dann gute Nacht. Ich möchte noch fernsehen. Gespräch 2. Wie spät ist es? Ich gehe zum Mittagessen. Kommst du mit? Wie spät ist es? Es ist jetzt fünf nach halb eins. Gut, ich komme. Gespräch 3. Wann kommt der Mann heute Abend nach Hause? Wann kommst du heute Abend nach Hause? Um halb acht. So spät? Ja, tut mir leid. Wir haben im Moment sehr viel Arbeit. Gespräch 4. Um wie viel Uhr will der Sohn aufstehen? Willst du morgen früh wieder mit dem Fahrrad zur Schule fahren? Ja. Und um wie viel Uhr willst du aufstehen? Um viertel nach sechs, okay? Ja, dann schlaf gut. Gespräch 5. Wann fängt das Theater an? Gespräch 6. Wie spät ist es? Gespräch 7. Wann ist der Junge ins Bett gegangen? Gespräch 7. Wann bist du denn ins Bett gegangen? Bist du müde? Und wie? Ich habe heute Nacht nur vier Stunden geschlafen. Wann bist du denn ins Bett gegangen? Es war viertel nach zwei. Okay. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020